Ostern Jetzt probiere ich mal diesen Elch Diesen Judge Elch Dann fliegst du mit, oder? So, da müssen wir hin Dann werde ich wahrscheinlich gleich drüber abspringen So wie man nicht landen kann Ja, das ist ein geiles Gerät Bin gespannt wie der Elch ausschaut Auch ein fettes Monster wie der Bär Aber so schwer sind die Judge Viecher eh nicht Finde ich Da kann man glaube ich landen Was heißt die Grenze Also ich meine das so in die Richtung Nice Nice Okay Find ich komisch wenn da der Elch sein soll Aha Okay So geht's auch So geht's So geht's So geht's So geht's So geht's Dass man das da Irgendwie runterbringen kann Das Flugzeug Damit das der Elch Ein Flugzeug sprengen kann Aber naja sind das ja Da da oben Elche Ich weiß sind die aus Stein Man weiß es nicht Oh So geht's So geht's So geht's So geht's So geht's So geht's Escape Oh Diese Sektentypen können echt keine Pfeile abschießen. Da bleiben wir stehen. Ich glaube, ich kann da wieder starten. Der Schrauber war sowieso gescheiter. Oh, ist schon nicht groß aus. Schreibt euch doch einen Bogen zu und schreibt euch eurer Frau, das ist nichts. Der Schrauber war sowieso gescheiter. Ich nehme lieber eine Schrotflinte. Sie sind immer nur dort, wo Nebel ist, diese Judge-Tiere. Da sind sie hässlich. Und groß. Da muss ich die mit den roten Augen suchen. Das ist der da. Da ist er wieder ein Brenziger. Das war ja wohl nix jetzt. Hatte ich mir schwerer vorgestellt. Okay. Jetzt ist er noch so einer. Zurück, zurück zum Flieger. Was steht da überhaupt da hinten? Ja, in die Richtung. Ich glaube, es gibt auch solche Judge-Tiere. Bären habe ich. Elch habe ich. Puma habe ich. Bär habe ich. Bär habe ich. Bär, Puma, Elch. Was kann es nur noch geben? Eine Cobra? Komplett irre. Da müssen wir wieder ein neues spawnen. Ich glaube, das ist einfacher. Als wieder zum Starten. Dann steh rein. Was tust du? So geht auch. Aber dann werde ich jetzt mal. Dann werde ich da unten anfangen. Oder da. Prepperversteck. Dann fliegen wir. Ich bin wahrscheinlich alleine im Flieger. Ich glaube, die Messgeräte. Funktionieren die? Nein, gell. Außer das zweite von links. Schade. Hätte ich mir schon gedacht. Dann müsste es steil werden. Was im Hebel. Bitte. Das Ding ist nicht so schwer anscheinend. Ich würde es nicht auf jeden Fall sagen. Ich habe mir etwas in Ordnung. Ich würde es nicht auf jeden Fall schraubt. Ich würde es nicht auf jeden Fall schraubt. Ich würde es nicht auf jeden Fall schraubt. Oh, das ist eine Posse-Bombe. Geil. Komm schon, mein Fliegerfreund. Komm schon, mein Fliegerfreund. Oh, yeah. So. Oder landen? Natürlich nicht. Ich werde raushüpfen. Was? Was war das jetzt bitte? Hä? Ich bin normal rausgehüpft. Ich kann nicht in der Luft sterben. What the fuck? Du, voll der Bescheiss. Ubi-Soft. What the fuck are you doing? Was soll ich da rauffliegen oder was? Das ist ein bescheu... Ah, nervig. Wie ist das jetzt? Da muss ich so weit fahren und... Ich ziege da schneller. Ich muss dann die Rüte schauen, wie hoch das geht. Und normal fliege nicht so schnell. Okay, höher geht's nicht. Das ist das Maximum. Ja. Also das ist das Maximum. So hoch ist das gar nicht. Bewundert mich. Das ist so niedrig. Der Berg ist ja höher. Da vorne. Bei reich drüberfliegen dann. Schade, dass man nicht so richtig in den Wolken rauffliegen kann. Das geht ja, Style. So, aber hier steigen wir aus. Stütze auf das Flugzeug. Wo? Keine Explosion, okay? Jetzt lassen wir das Haus mitten in den Bergen. Was hier wohl ist? Franks Hütte. Aha, okay. Anschieb. Dieser verdammte Diepfer in meiner Hütte hatte das Zeug aus meinem Versteck gefunden. Ich werde diesen Passat jetzt aufspülen. In der Zwischenzeit kannst du mal sehen, was du mit deinem Schloss machen kannst. Ich soll verdammt sein, wenn das nochmal passiert. Hard Castle. Hard Castle oder Hard Candy. Hard Castle oder Hard Candy. Hard Castle oder Hard Candy. Da liegen Sachen, können wir aber in eine Spur gelegt haben. Wow. Das hört sich böse an. Wurde ja einer gegessen, glaube ich. In sein Johnny. Teddybär. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Frank Schlüssel Franks Keys Weitern So Da geht Wow Ja Da geht das Wenn du so viel Geld vor auch Hätte ich gerne in Mächten leben So eine Hütte wo ich hier reingehe Und das ist Money was auf mich wartet Okay Hat einer schön drauf geplant Was gibt's noch Da ist noch eins Wenn wir gleich hingehen mit der Nähe Da drauf steht eigentlich Nucki Mh Ich bin vollkommen direkt Was war das? Ich glaube ich sterbe, deswegen bin ich abgestiegen. Was ist das denn? Was ist das? So, dann lauf ich mal so. Komm Katzi, komm komm komm. Bitches, mein Freund. Was ist da unten auf der Straße? Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe noch einen Fall. Der Wölfe greift mich gleich an. Wo ist denn das jetzt? Hier nochmal einzeichnen. Da unten. Am Boden. Ah, ich wollte das nehmen. Dann rutsch ich da runter. Wer ist das da hingestellt? So behindert. Auf einer Hütte. 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 Ich muss den Weg nach Norden. Wenn du eine Ausrüstung brauchst. Ich bin am alten Aussichtsturm. Ich habe das Gefühl, dass unsere Jagd bald vorbei ist und wir endlich beweisen für die Existenz von Sasquatch hin. Okay. Ich wollte den Trinks warm. Halt. Warm. Warm, halt. Ich will kein Fahrzeug hinterlassen. Natürlich nicht. Denzki, henski, henski, schenski. So eine Schlange. Klapper, ding. Klapper, klapper, klapper Schlange. Oh, da ist was passiert. Da ist was runterfallen. Das ist hier der Typ. Oh. Was zum Geier. Da sind wir runterfallen. Da fliegen Papiere weg. Aha. Dantags sind 19. Ich kann es nicht glauben. Ich habe es gehört. Ein Unverkehrs-Sesprache-Ruf. Ich bin sicher, dass es auf der Hölle der Klippen kam. Ich habe so ein Gefühl, dass heute der Tag ist, an dem ich den Sesprache-Sesprache-Ruf bestehe. Oh, jetzt ist sie das. Wow. Wow. Sollten sie hügel so komisch schauen. Das ist der Schein, was ich vorhin auch gehört habe. Oben, ganz oben am Berg. Da liegen seine Sachen. Oh, das könnte ein Bier auch sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ah. Ah, hier. Ich schwöre, wenn da kein Napfe drinnen ist in der Schein-Schweiß-Höhle, dann weiß ich auch nicht. Da ist wie ein Bigfoot von mir aus. Macht da eine Wanderung, die Heule warnt. Aha, was heißt da? Hat sich also schon eins. Was ist das Scheiß jetzt? Achso, hier. Wow, einfach so rüberhüpfen. Okay. Was da jetzt für ein Ding? Ein totes Tier und der ist vielleicht da unten. Er liegt hier, okay. Ich weiß trotzdem was in der Höhle ist, wenn ich da oben bin. Hä? Das ist ja nicht mal eine Höhle, was ist mit ihm? Er verarscht mich. So derbe auch noch. Da ist da runter oder was? Ich verfalle. Aber irgendwie muss ich eine Raufzeit haben. Das finde ich merkwürdig. Vielleicht geh mal so runter, vielleicht kommt das zu mir auch. Aber, ja. Ich frage mich nur wo hänge ich mein Seil hier an. Wenn ich den ganzen Weg zurück rennen. Das ist der Problem. Aber ich könnte auf die kleine Steine rauf. Genau so. Das ist nicht mehr da unten. Das ist nicht mehr da unten. Hallo? Keiner da. Der blöder Sasquatch. In Schnal. Das sagt mir jetzt ein bisschen geflohen. Hm. Schrapfen wir das mal oben. Dreh da so was ein Ding führt, eine Karte mit einer Schnur das sind seine Sasquatch-Sichtungen das ist ein mal ein ganzes Blödsinn auf so jetzt habe ich eigentlich die Missionen eine Mission Klaschnixen Höck Klaschnixen das kann auch was sein anscheinend das kann auch was sein muss ich mal her spawnen und die Mission da annehmen zwei Mission da ist glaube ich näher und da ist da auch eine Mission Absprung auf A A A A A A Amen. Wohoho. Perfekt. Was? Man kann einfach so durchfliegen. Wir sind hier auf den Getriebe. Sorry der Scheiss. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Hier drin. Das hast du gut gemacht. Viele Leute gerettet. Danke. Pass auf, ich kenn die Wichser. Die sind wie ein Uhrwerk. Die Trucks, die die nächste Ladung Rekruten einsammeln sollen, sind schon auf dem Weg. Ich will eine kleine Willkommensfeier ausrichten, wenn sie durch das Tor kommen. Wir jagen diese Trucks in die Luft, sodass sie sie nie wieder benutzen können. Was immer wir tun, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Was hast du? Ich weiß schon, was Jacob als nächstes macht. Der Typ ist irre. Irgendein Kerl verhökert den Kram aus dem Fangzentrum in der Nähe eine... Ich will jetzt eine scheiß Hinterhalbblützung gefallen, dem ich sagen gar nichts. Das auch nimm mich so anhanden. Oh, das muss ich auch noch befreien. Was will da her? Ein Ort weniger, an dem die ihre Judges abrechnen können. So, was mache ich da nachher? Ein bisschen später. Ich muss jetzt nur für eine halbe Stunde weg. Bis gleich. Nass, ich weiß nicht. Vielen Dank.